Oh, Erinnerung von Ramiro. Hm, kannst jetzt noch meine Leute schnappen. Rui hat also auch Backlore, aha. Ja, ja. Da wären schon wenige, naja, was haben wir denn hier? Zum Jacks Team, aha. Aber wenn, wenn ich jetzt meine Erinnerung sehen kann, und das war mein Erinnerungsstein, das heißt, ich müsse ja vorher da gestorben sein, das heißt, sie muss diesen Boss ja schon alleine gebesiegt haben, wieso kriegt ihr das jetzt nicht wieder hin? Ja, du hast halt Erinnerung verloren, weil es nicht mehr steht. Krieg, Krieg bleibt immer gleich. Ach, die Wiedergänger wurden erschaffen, aha. Ah, okay. Okay. Ja. Haha. Ah, okay. Ah, okay. Er ist Syrga. Hm, ist Syrga, nicht Edwin. Wir werden noch nicht sterben. Jetzt auch wir werden gewinnen. Wir werden nicht sterben. Ja, aber... Wir werden nicht sterben. Wir werden nicht sterben. Warum? Anime. Anime. Was ist das? Ja, genau. Das ist genau. Wir werden nicht so komisch sein. Wir werden nicht vergessen. Es ist großartig, muss ich mich. Nein. Das sind nur viele Freunde. Was ist das? Jeff's! Ja, du bist so, ja. Ja, du bist so komisch. Ich denke, dass ich mir nicht mehr schlafen werde... ...und ich will mich nicht mehr schlafen. Junge, dein Mantel backt ein bisschen im Rädchen drin. Naja... Das ist okay. Sieht aus wie so eine Assassinen hier. Ja, all das schlecht hat hier einen Assassinenblutkot. Ha! Gib mir dein Blutkot, biette! Aber wegen der Grunde... ...hier zu sein, dass er nicht nur mit Menschen sein kann. ...und ich nicht mehr so sein kann. Ist das okay? Sieht aus wie der Königin, ...und die Menschen nicht mehr verletzt, ...und ich habe mich nicht mehr so verletzt, ...und ich habe mich nicht mehr so verletzt, ...und ich habe mich nicht mehr so verletzt. Hey, wenn ich die Königin gewinne, ... werde ich mich nicht mehr als ein besseres Welt. Ich glaube, das ist doch nicht so. doch eher, dem man helfen muss. Keine Ahnung. Ja, die wollen alle Kampf beenden, Kampf beenden. Hier haben wir nix mehr, dann haben wir hier noch so'n besonderen Kerl, das ist bestimmt einfach so'ne Wache. Der sagt bestimmt dasselbe. Naja, passt. Der sieht aus wie Oliver, nur ohne Kapuze. Oliver? Shigiri. Ja. Ja stimmt, das ist einer, der sieht aus wie ich, ich erinnere mich. Aber er heißt Jack. Ich bin immer noch in dieser komischen Traumwelt drin, aber jetzt, jetzt, jetzt komm ich in ein Ladebildschirm rein. Ah ne, jetzt krieg ich wieder ne Katzi. Da ist Jack, der, der Jäger. Keine Ahnung, keine Ahnung, die Haarfarbe stimmt und die Augen irgendwie auch. Keine Ahnung. Er weiß so schön. Welche Schnönen später rausfinden, wa? Aber der sieht ihm verdammt ähnlich aus, keine Ahnung. coworker Ski. Hm. 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 Ich werde euch einen großen Gästen besuchen. Ich bin immer wieder dran. Jetzt musst du mich wieder einladen. Was? Jack! So schnell sind wir auf eine andere Map gelandet. Halbauf, du hast den Boot hier. Hast du schon geöffnet? Ja, ja. Ich werde nicht beitreten. Wo sie denn alles geschickt? Na, dann muss ich wahrscheinlich selber erst mich da spielen. Das kann sein, ja. Kannst mich ja weiter im Labyrinth darum irren. Oh ja. Frostpatrone. Eine Welt, gezeichnet vom Krieg. Überall Leichen, Trümmer. Wrackteile. Gewalt, wo man auch nur hinsieht. Eine Mistel. Das ist der Ehre. Ja! Genau. Hm? Das ist eine Frau der Königin. Du siehst an sie. Du siehst an sie. Ein Tropfen drauf. Ist aber blau. Hm. Hallo? Ha! Ich weiß nicht, wie viel es noch laufen muss, bis ich aufgeschlossen habe. Ich weiß nicht, wie viel es ist. Ich habe eine kleine Freundin mit den Menschen in der Welt geflogen. Ich habe sie mit den eigenen Kraft geflogen und habe mich in der Welt geflogen. Ich habe sie mit einem Lachen geflogen. Ich habe sie mit den Wissen. Ich habe sie nur zwei Möglichkeiten. Ich habe sie mit dem Schlecht. Es ist schwierig zu wählen. Oh Mann, dieses einfache Laborator. Es ist schlimm. Es ist unabhängig. Es ist wichtig. ja direkt genau so nicht scheiß habe ich meinen ganzen dunst ausgehen kann glaube ich nicht mehr und noch ein bisschen ja was nicht genug dunst und zu reichen und zu reichen ja 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 okay okay dann komm mit jack da will ich nicht runterfallen dann haben wir auch ein kann schon erschießen kann ich sogar naja jack snack helfen und aufgeschlitzt mit jack müssen wieder hoch schon wieder so ein shortcut und ist barackenschlüssel brauchen wir dafür aha gehen wir hier wieder runter aber mal gucken einst da sei man hat immer auf die vier warte mal dann kommt dann den muss ich dann mit den tauschen ja okay was gut so wie geht es hier da geht es um wo die sind böse auf mich weg mehr schießt jetzt habe ich auch einen handschuh stimmt ich habe meinen mantel nicht mehr die höre müssen ich meine schießen der stoche Da hinten willst du auch wissen. Und tot. Wart war er jetzt hier unten? Wart hast du gerade nochmal ne Cutscene nachdem du vorhanden hast? Wohin auch ne Cutscene? Nachdem ich auch nicht mehr zu tun. Ähhhhh. Na vielleicht konnte ich deswegen nicht beitreten. Kann auch sein. Also, ich konnte danach direkt zu ner Mist laufen. Ja, dann konnte ich den Mensch vor mir nicht beitreten. Weil ich war ja auch das letzte Mal dabei, bevor ich in dem Wukit selber war. Ja, also ähhhhh. Notsignal ist noch draußen, also kannst du gerne was probieren. So. Hier haben wir bestimmt nix mehr, ne? Ne. Hat er sich einfach nur hier versteckt. Die Sau. Hm. Dann geht er wohl hier nicht. Schade. Ja. Und den haben wir auch. Okay. Läuft doch einer. Au. Und tot. Ne, hier. Ach, hier ist eine Kiste. Aber da ist nix. Okay. Oh, wieder ein Gegner. Wo meine Patronen soweit kommen. Da ist keine Mund mehr. Und tot. Okay. Ne, den Container kann ich nicht runter treten wie in Doom. Ist auch zu schön gewesen. So, hier geht den leider hoch. Das Spiel will, dass ich da hochgehe. Also gehe ich erstmal runter. Aber. Hm. Dann schaffst du, Jake. Luftattentat. Oh. Boah, der tut weh. Ich hab Unglück nicht getroffen, weil ich deswegen runterfällt. Hm. Au. Ja, ja. Mach mal einen halben hier. Oh. Du hast das noch nicht mehr. Ich hab's noch nicht mehr durchgeheะ. Ich hab's noch nicht mehr. Oh, gern heilen hier. Ich hab's noch nicht mehr. Oh, ich hab's noch nicht mehr. Ah, du hast den Kracher. Ich hab's noch nicht mehr. Scheiß Vieh, äh. Hat sich das gelohnt? Nö. War ja wieder klar. Jetzt trenne ich ihn mit 117 HP. Ne, 171 HP. Ah, scheiße. Mann. Und Vieh hat mir nix gebracht. Scheiß Ding. Im Endeffekt komme ich einfach nur hier oben wieder raus. Nein, 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 nein. Böse. Ich will keine Blutprüfung machen. Scheiß. Komm, kräft ihn. Hä? Äh. Ich kann ja noch mehr. Au. Dich tue ich zuerst. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Was ist das? Es gibt viele敵er. Natürlich kann ich mich anschleichen, war ja klar. Hätte ich jetzt gerne aufgespießt von mir. So. Und rennen sie alle. Oh, Tüten hier. So. Machen wir einen Buff hier drauf, einen Buff da drauf. Nehmen wir uns den zuerst. Echt so. Okay. Dann bin wir weg. Oh, die Luft aufgespießt, sehr schön. Erschossen. Meri. Abgeknallt. So. Dann haben wir auch wieder zwei hängen. Schossen. Und der nächste. Kommt der nächste. So. Natürlich habe ich jetzt kein Alkohr mehr. Das heißt, das Vieh da unten wird auch wieder lustig umzubringen. So. Lustig spiel da oben genommen. Geht es auch nicht weiter. Wo ist das Vieh? Ich höre das doch. Da läuft es. Kann man bestimmt einen taktischen Luftattentat hier machen. Versuch. Komm mal her. Natürlich keine Muni. Und noch irgendwo an am Keuchen. Hö. Was ist das da oben? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Genau. Wenn wir jetzt checken. Vielleicht kann ich hier mit so einem Dolch habe ich natürlich nicht. Okay. Auf ein neues Check. Woh! Was? Nein! Das ist das, was wir. Kannst du? Ich will. Entschen. Nach dir. Auf ein neues Schuss, dabei! Ich will. Was ist das? Ich bin. Checktion ist auch dumm, mach, mach! Checktion ist auch dumm, mach, mach! Schie! Nein, nicht schon wieder, Mann! Er ist so ein Scheißvieh, Mann! Äh, äh, nein! Es gibt's doch nicht, ey! Du bist schuld! Nein, der hier! Und tötet! Scheiße! Du bist eine Echse! Da schieß ich einfach von hier oben, fertig! Machen die ganzen Notattentaten! Zack! Denn ja! Scheiße! Oh ja! Äh... Talent-Fokus gemeistert, aha! Immerhin etwas! So, ihr seid die Nächsten! Zack! 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 Ah, ich bin schon erschossen! Das ist auch weg vom Fenster. So, auf den mache ich jetzt einfach ein Luftattentat. Denkt er hier in der Ecke bestimmt, ne? Da. Zack, zack, stopp. Ungetut. Ja. Ja. Kommen die Feature wieder dran? Unlevel, trotzdem hier schon bei 15.000. Der ist da out. So. Das ist echt krass, wenn du das komplett nur ein Level steckst. Ich habe bald schon meinen Charakter von dem Level eingeholt. Oh, yeah. Wo ist das hier? Knall dich einfach von hier oben ab und fertig. Da kommt es angetorkelt, da. Drecksau. Einfach abknallen. Fertig. Schnauze voll, eher. Jack, drück mich nicht runter. Ich muss sie abknallen. Luftattentat. Zack. Ja. Wollt ihr den Arsch damit? Stopp. Genau, das hast du verdient, du Bitch. Untot. Drecksau. Oh. Äh. Wir brauchen eine Missile-Jug. Dann kann ich wieder Level-Level machen. Ah ne. Hier war ja wieder die Luft-Jug. Wo? Boah. Medic. Der nächste. Oh, mehr. Wo kommen die denn her jetzt hier? Ich sehe nur mehr hier mal dabei. Dieser Silberwolf, der macht so einen Schaden, wenn er dich trifft. Ja, ja. Ja, ja. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Heli. Nein. 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 Stech die so. Noch ein. Luftattentat. Scheiße. Noch mehr, komm noch mehr. Ja. 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 Ja, ja. wanted to. ¡Sorry krieg doch alles! Ja, ja. Need to an a Nein, nicht schon wieder so ne Bitch, oh nein, das kannst du mir nicht antun. Ich lass dich mal allein, Jack, ne, tschaust du. Scheiß, ich bin schon falsch. Oh nein, das gibt's doch. Ey, diese scheiß Blutprüfung, ey. Ey, ist doch zum Kotzen, wieso ich mir da vorbeikommen, der Scheiß. Oh nein, das ist doch zum Kotzen, wieso ich mir da vorbeikommen, der Scheiß. Ja, das ist doch zum Kotzen. Ich bin schon wieder so, das ist ja, ich bin sempre gleich. Vielen Dank.